Natürlich kein Ticket dabei, springen auf, rennen, raus, schlag, lang hin, plötzlich über mir, ungelogen. Fünf von denen. Fünf gesagt, ich habe mich gefühlt wie ein Verbrecher. Ich meine, sieht so ein Verbrecher aus? Warst du schon mal in Paris? Ich meine, es ist immer in Paris, die Stadt der... Ich liebe sie. Nachdem ich die Muttertongue habe, die all die Englisch-Language und die verschiedenen Wörteren habe, habe ich geschrieben, und Neither hier, nor da, und all die Bücher, die er geschrieben hat. Und in einem Buch, da war ein Referenz zu einem Buch, called Last Chance to See, von Douglas Adams. Und Douglas Adams geht um den Planeten, um die Tiere zu verbrechen, die vielleicht zu sein, die es vielleicht extinct werden. Und so er hat sich zum Komodo geschrieben, um die Komodo-Dragons zu verbrechen, und so er hat sich auch einen Schick auf den Bruch ausgedicht, um die Komodo-Dragons zu verbrechen. Und so er hat sich eine Fotograf von einem Komodo-Dragons zu verbrechen, um diese Burrow zu verbrechen. Und es sagt, Komodo-Dragons zu verbrechen, um die Larche-Borren zu verbrechen. Und es ist ein sehr, 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 sehr schlechtes Idee, um zu even denken, um zu verbrechen, um die Köprechen zu verbrechen. Das war die erste Satz-Dragons zu verbrechen, die wirklich in meinem Kopf hatte. Untertitelung des ZDF, 2020